Umweltschutz ist für mich wichtig, weil diese Welt nicht uns gehört, sondern sie gehört allen. Also hat auch jeder Bürger, jeder Mensch die Verpflichtung, etwas zu tun, um die Umwelt zu schützen. Peter Fehrmann, Spaniens Weinwelt aus Tettnang. Seit 26 Jahren verkaufen wir Wein aus Spanien, Italien, Portugal und Südafrika. Wir führen auch die passenden Lebensmittel aus Spanien. Wir haben einen Internetshop, spaniensweinwelt.de und haben vor vier Jahren unser kleines Ladengeschäft geöffnet, das Bodegale in Tettnang. Bodegale steht für die kleinste Bodega außerhalb Spaniens. Wir freuen uns über jeden Besucher. Wir beliefern Kunden in ganz Deutschland, haben auch Gastronomie-Kunden und wenn sie aus dem Ausland sind, liefern wir auch dorthin. Wir möchten aktiv am Umweltschutz teilnehmen, indem wir zum Beispiel Lieferantenbestellungen bündeln, nicht kartonweise, sondern Paletten bestellen. Wir werden auch darauf drängen, dass unsere Lieferanten Kartons nehmen, die nicht bedruckt sind, mit einem neutralen Klebeband, sodass wir diese Kartons tatsächlich ein zweites, vielleicht auch ein drittes Mal wiederverwenden können. Herstellung und Druck von Weinversandkartons kosten eine Unmenge Geld und schaden der Umwelt. Stört es wirklich, wenn Wein in einem gebrauchten Versandkarton zu Ihnen nach Hause kommt? Jedes Jahr werden unzählige Weinversandkartons hergestellt, benutzt und nach einmaligem Gebrauch entsorgt. Wir haben bereits viele positive Rückmeldungen von Ihnen bekommen. Wir werden weiter daran arbeiten, Papier sinnvoll einzusetzen und zu sparen, wo es geht. Vielen Dank dafür! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!